Das Universum ist ein ziemlich großer Ort. Das Witzige ist, jeder von uns, der hier lebt, bewohnt seine eigene kleine Welt. Nehmen wir nur mal den Fall von Tip, einem ganz normalen Mädchen mit einer Mom, die sie sehr liebt, und einer Katze namens Schwein. Nicht im Traum hätte sie gedacht, dass es Millionen Lichtjahre entfernt einen kleinen Kerl namens O gibt. Hallo! Ein rangniederes Mitglied einer Nomadenspezies namens Die Boofs. Ein kleiner Applaus für Daddy! Auf der Suche nach einem sicheren Zuhause. An welcher Pflanze wachsen diese köstlichen Früchte? Man sollte meinen, die beiden würden sich nie begegnen. Aber eines lässt sich über das Universum sicher sagen. Es ist unvorhersehbar. Wenn du mich nicht ins Raus lässt, schieße ich Laserstrahlen aus meinen Augen. So was kannst du? Ja. Von DreamWorks Animation. Was hast du mit meinem Auto gemacht? Es jetzt kann viel besser schweben. Ich nun bereit bin, für eine traditionelle Geste von menschenhafter Dankbarkeit anzunehmen. Das ist Tradition, sich auf die Nase zu boxen. Halt still! Genug von Dankbarkeit. Von den Machern von Die Crews. Dein Auto ist verkeimseucht. Das ist mein Haustier. Nanu, es vibriert. Wird es gleich explodieren? Und Rachenzähmen leicht gemacht. Wie du heißt? Meine Freundin nennt mich Tipp. Ich bin Oh. Oh? Ich wurde diesen Namen gegeben von meinen vielen, vielen Freunden. Morgen! Oh. Hi Leute! Oh. Hallo! Sie sind uneinholbar. Warum suchen die dich? Ich hab ein paar Fehler gemacht. Halt, halt, halt! Oh! Verhaftet den Buf! Sie sind unberechenbar. Was passiert mit meinem Körper? Das nennt man Tanzen. Oh nein. Was machen meine Hände? Nimmt das denn gar kein Ende? Und ihre Reise um die Welt. Jetzt ich fahren. Schlüssel bitte. Du bist ein miserabler Fahrrad. Schlüssel! Wird unvergesslich. Sieh nur, da ist unser Auto. Oh, jawohl! Willst du mich absichtlich wahnsinnig machen? Ah! Drew Works Home.